Hallo zusammen, heute soll es bei der Innereinrichtung mal um ein Thema gehen, was immer eine starke Begleitung ist. Man kann auch mal ein Wohnzimmer so gestalten, dass TV und guter Ton fast integriert, versteckt und elegant gelöst mit eingebaut werden. Wir haben hier zum Beispiel einen Fernseher, 65 Zoll, der normalerweise jetzt an der Wand, wie so ein schwarzes Loch hängen würde, in einen schönen Lederrahmen als Regal integriert. Hier unten wäre jetzt noch Platz für eine Soundbar und da bekommt das Ganze einen ganz eleganten Gestaltungsaspekt. Und wer die Soundbar nicht möchte, wem auch das noch zu viel ist, der greift auf unsere unsichtbaren Wand-Lautsprecher. Ihr seht, es ist nichts zu sehen. Es sind Inwall-Lautsprecher, die hinter der Tapete verschwunden sind und für einen exzellenten HiFi-Sound sorgen. Ja, und dann wird ja das Thema Smart Home immer beliebter. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, denn die Fernbedienung, so wie wir sie kennen, die war früher. Heute kommt man nach Hause und sagt seinem Smart Home Assistenten, dass man da ist, was man machen möchte. Und er kümmert sich um die restliche Szenerie. Und das sieht dann so aus. Alexa, ich möchte Fernsehen. Dann wird die Szenerie zurechtgestellt, das Licht gedimmt und der Fernseher eingeschaltet.